hallo freunde wir bekommen mit das nächste video so jetzt sind wir noch zu zweit nur noch ich und austria modz so austria modz was machen wir jetzt hallo ja und ich kann allein da was ist das ja sorry leute ich bin mal gestorben auf jeden fall leute wir wissen nicht was wir tun soll es einfach so langweilig was kommen da hat man wieder ausführen auf seine bullen so leute wisst ihr was man noch so in der bespreche machen sollen und ja wir wissen es einfach nicht was wir halt an rennen mission und glitte und uns gegen die rennen schreibt das in die kommentare und auf jeden fall überlegt euch mal was wir machen können schreibt das unten rein und ja der austria modz der fährt man ein bisschen über die berge mal wieder einfach so eine fahne lobby wo wir tun wo wir tun den treffen machen auch rennen und der smith und weiß nicht noch und einfach ging das abklaufen ja sagt doch mal erklärt doch das hat du doch gerne von lobby ist einfach kaum wollen haben möchte sich noch ja leute wir müssen es einfach nicht vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen beraten in den kommentaren halt schreiben und ja abonniert mich drückt daumen hoch weiß dass ich noch was ihr machen wollt schreibt in die kommentare was oder gibt mir ein rat und was mich für die vielmehr noch ein spiel kaufen soll und ja ich habe nur black ops 3 need for speed und gta du kannst schreiben okay die seiner klappe kommt aber bitte alleine weil mit mehreren leuten zu kommen ist scheiße auf jeden fall leute gibt uns mal ein paar saatsflächen flächen sagt was wir machen machen und radschläge und auf jeden fall schreibt das in den kommentaren edit und sieht ja hier alles im spiel hatte so heißt so heiß ich und so als austria max und ja wir sehen uns in den nächsten folgen abonniert mich und austria max und drückt daumen hoch